hallo und herzlich willkommen ich zeige dir heute was kaufst du und wo kaufen fangen wir mit dem baumarkt an also hier zeige ich dir ein hornbach des sehr bekannter baumarkt und jetzt kannst du sehen was die verkaufen also in einem baumarkt man kann materialien für handwerker oder hobby handwerker finden und die halle baumärkte sind konzipiert nach einem amerikanischen vorbild do it yourself also hier kann man fast alles an einem wort finden wie du gerade das schon sehen kannst alles was man in einem bad braucht in der küche oder alles von materialen alles genau und der zweite zeige ich dir ein anderer sehr bekannte baumarkt nennt man bauch aus hier du wir sehen dass die kategorien fast die gleiche sind also die haben fast alles und wieder für für das bad für die küche für die aufbau alles was man früher in vier in mehreren laden kaufen musste jetzt kann man alles in einem an einem ort finden kurzwaren geschäft man kann alles was man für nähen brauchen hier finden also reißverschlüsse nadeln nähmaschinen bedarf stoffe alle alle mögliche materiale zum zum nähen kann man im kurzwaren geschäfte finden es ist manchmal selten dass die einen online shop haben aber in dem fall kann man das auch in einem online sortiment auswählen und online bestellen und jetzt zeige ich dir haushaltwaren geschäft einer der bekanntesten ist teddy jetzt wirst du mal sehen dass die auch fast alle produkte auf einem ort haben werden wir jetzt auswählen die produkte und dort kannst du finden dass droger und kosmetik hier ist tierbedarf basen haben wirken freizeit outdoor decor home accessorize also alle möglichen geschenkt und partyzubehör spielwarenschule und bürobedarf und das sind sehr 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 gute sehr günstige preise muss ich muss ich dazu dazu geben jetzt zeige ich dir den unterschied zwischen ein kaufhaus und einkaufszentrum was den unterschied also jetzt das ist zum beispiel carlstadt also galleria ist ein geschäft die fast alle waren verkauft also hier hier willst du sehen dass die in verschiedenen kategorien damen herrenkinder wir kaufen fast alle also fast alle marken aber das ist ein geschäft also das ist carlstadt galleria zum beispiel wählen wir snickers oder schuhe aus du wirst er natürlich verschiedene marke sind dort aber nicht viele aber nicht verschiedenen geschäfte also das ein geschäft die verschiedene marke verkauft anstatt als einkaufszentrum einkaufszentrum ist ein ort wo viele verschiedene geschäfte zusammen gehören auch restaurants und so weiter so hier haben wir alexa in alexanderplatz in berlin ausgewählt und wählen wir option alle geschäfte und jetzt wirst du sehen dass dort gehören viele verschiedene also apotheken asien markt bärschke alle 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 mögliche geschäfte und wirst du danach sehen dass insgesamt dort gibt es 169 verschiedene geschäfte also das ist ein riesengroßer einkaufszentrum und normal weise neben geschäfte haben wir restaurants oder irgendwelche freizeit einfach bereiche wo die ganze familie einfach den ganzen tag verbringen kann